Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Konrad. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Nibiru, Planet X. Sind sie real? Außerirdische, taigetanische, pleiadische Informationen, veröffentlicht am 21. September 2021 von Cosmic Agency, Gosia. Eridiana, was sind Deine Informationen zu Nibiru? Was ich Dir jetzt erzähle, wird Dich vielleicht überraschen, denn auf der Erde gibt es viel Lärm um Nibiru. Ich weiß, dass ich für Dich nicht wiederholen muss, was dort gesagt wird, aber ich werde Dir sagen, wie wir das aus unserer Perspektive sehen. Eine sehr klare und schnelle und direkte Antwort. Es gibt weder Nibiru, noch Herkubulus, noch Planet X, noch irgendetwas in dieser Richtung, das der Erde oder ihren Bewohnern Schaden zufügen könnte. Wir sind hier oben, und trotz des ganzen Skandals, den man auf der Erde hört, sehen wir uns um und sehen nur den bekannten und gut kartierten Raum. Wir wissen, woher dieses ganze Nibiru-Zeug kommt, hauptsächlich von Zacharias Sitchin. Wir wissen, dass er ein Desinformant im Dienste der Kabale ist. Es gibt noch mehr Daten, zum Beispiel über die Tatsache, dass dieses Sonnensystem ein doppeltes, duales System ist wie viele andere auch. Aber in diesem Fall ist es das nicht. Diese Sonne, die wir selbst 13 oder Sol 13 nennen, ist ein einfaches System. Wenn es einen Nibiru oder Herkubulus gäbe, würden wir das wissen. Wir haben keinen Grund, diese Information zu verschweigen oder zu verbergen. Wir würden es sagen. Wir würden sagen, dass etwas Großes im Anmarsch ist und ihr euch bereit machen solltet. Aber hier oben ist alles ruhig, und dieser Raum ist sehr gut abgesteckt. Wir kennen ihn gut, und hier gibt es nichts dergleichen. Zwaru, was weißt du über das Thema Nibiru oder Planet X? Ich muss eine wichtige Bemerkung über Nibiru machen, die es ein für allemal erklärt. Es wird nicht lange dauern. Basierend sowohl auf unseren Aufzeichnungen als auch auf anderen, die sich auf der Erde befinden, aber schwer zu interpretieren sind, wobei ich nur die Forschungen von Jordan Maxwell und Michael Zarian als irdische Quellen verwende, bestätigen die Aufzeichnung von Talgetan zu einem sehr hohen Prozentsatz, was diese Forscher sagen. Tiamat, der Planet, der vor 12.500 Jahren zerstört wurde, war ein sehr großer Planet, etwa 80 Prozent so groß wie Neptun, und er war der Erde näher als der Mars heute. Er war ein Wasserplanet mit sehr wenigen Inseln, der sehr hell leuchtete, weil er aufgrund seiner Größe die Sonne stark reflektierte. Und das ist der Ursprung aller Mythen, die mit zwei Sonnen in diesem Sonnensystem verbunden sind. Da Tiamat ein Wasserplanet war, fungierte er als Spiegel, weshalb er auch als zweite Sonne bezeichnet wurde. Weder Herkubulus noch Nibiru werden zurückkehren. Die modernen Gelehrten haben einfach nicht alle Fakten und stellen ihre eigenen Vermutungen an. Nur die beiden oben genannten Gelehrten haben recht. Und wie ich bereits erwähnt habe, betrachtet die NASA und das JPL die kombinierte Masse von drei kleineren und weiter entfernten Objekten, die fehlen, um die Bewegung dieses Sonnensystems zu erklären, wobei eines in der Gleichung fehlt. Dies ist die offizielle und endgültige Antwort von uns zum Thema Nibiru. Existiert der braune Zwerg Nemesis? Nein, für uns ist er eine andere Variante desselben. Aber das ist widersprüchlich. Denn egal wie braun er ist, man kann ihn von der Erde oder von jedem anderen Ort im Sonnensystem aus sehen. Es sei denn, er ist in einem schwarzen Loch kollabiert. Und das wüssten sie auch. Abgesehen davon ist diese Theorie der kollabierenden Sterne sehr 3D und muss überarbeitet werden. Laut Michael Zarian gibt es ein sehr großes Trauma in der Psyche des Menschen, das viele Dinge am schizophrenen Verhalten des Menschen erklärt. Er sagt, dass dieses Trauma von einem Kataklysmus her rührt, den er mit der Zerstörung von Tiremit und der darauf folgenden Flut in Verbindung bringt. Und damit mag er recht haben. Aber ich würde darauf bestehen, und ich sehe, dass er diese Daten nicht haben kann, dass dieses Trauma von weiter herkommt. Und zwar von der Tatsache, dass wir eine verfolgte Rasse sind, die am Rande der Ausrottung steht, durch den Reptilienkomplex oder die Allianz. Alex Collier sagt in einem seiner Videos, dass Nibiru real ist und dass es ihn gibt. Warum sagt er das? Weißt du das? Daran erinnere ich mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er das sagt. Wie ich neulich schon sagte, gibt es viele sehr genaue und vollständige Daten, warum Nibiru existieren muss. Wie ich bereits gesagt habe, möchte ich diese unzähligen und zum Teil tausend Jahre alten Quellen nicht im Misskredit bringen. Das Einzige, was ich teilen kann, ist, dass wir von hier aus nichts sehen können. Es müsste eigentlich existieren, aber das tut es nicht. Und es liegt nicht daran, dass es in einer anderen Dimension, Dichte ist, denn wenn das der Fall wäre, würde es die Erde in dieser Dimension, Dichte, in der wir uns befinden, nicht beeinflussen. Und noch etwas. Unsere Sensoren sind skalar. Das heißt, sie können Dinge wahrnehmen, die sich auf vielen Ebenen gleichzeitig befinden. Besonders meine kleine Susi. Sie ist einfach nicht da. Sie haben viele Fotos von zwei Sonnen gepostet. Das ist eine thermische Inversion, die durch die Spiegelung der Sonne eine Fata Morgana verursacht. Normalerweise ist die Atmosphäre unten heiß und kühlt sich nach oben hin immer mehr ab. Wenn es eine thermische Inversion gibt, ist es, wie der Name schon sagt, unten kalt und oben in den Schichten der Atmosphäre warm. Und in der Zwischenschicht kommt es zu einer Reflexion. Es ist eine Fata Morgana, wie in einer Wüste. Die Bilder, die sie machen, sind nicht von einem Objekt. Sie sind ein optischer Effekt. Die Sonne ist nicht binär. Und noch etwas. Das Sonnensystem ist nicht statisch. In diesem System gibt es keinen Platz für große Objekte, die den vorderen erreichen könnten, wie es Nibiru tun würde. Seine Existenz ist mathematisch unvereinbar. Nun hat man festgestellt, dass im Sonnensystem eine bestimmte Masse fehlt. Das ist richtig, aber das, was fehlt, ist nicht auf einen großen Stern zurückzuführen, sondern auf die kombinierte Anziehungskraft von drei viel kleineren Sternen oder Planeten. Was Du als einen bestimmten Punkt im Weltraum mit einer großen Masse siehst, ist der Punkt oder Wirbel oder der Punkt des Konzentrationsgleichgewichts dieser drei kombinierten Massen. Und er befindet sich in einem geometrischen Punkt im Weltraum, der leer ist, weil er ein Gravitationspunkt ist und keine Masse hat. Dieses Sonnensystem hat 13 Planeten, einschließlich Pluto, den wir als solchen erkennen. Aber die Kabale hat die anderen drei Planeten, die sich jenseits des Quepa-Gürtels befinden, ausgelassen. Und sie stellen keine Gefahr dar. Pluto wird in den ET-Modellen des Sonnensystems anerkannt, aber das macht nur zwölf. Einer fehlt, Tayemet, der jetzt ein Asteroidengürtel ist, weil er vor etwa 12.500 Jahren zerstört wurde. Klärung, es gibt keinen Nibiru, keinen Herkubulus oder etwas Ähnliches. Sie interpretieren nur alte, meist sumerische Texte falsch. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.